Ich denke, dass wir das Versammlungsrecht auch im Rahmen des Paris-Attacks schützen sollen. Ich sehe, dass wir mehr und mehr löschen. Ich denke, dass die Menschen den öffentlichen Raum für Gemeinwohl eineignen sollen. Wir sollen mehr sagen, dass wir das machen können. Aber wir sollen auch erkämpfen, vielleicht eingrenzen und regulieren die Spekulation für Grünstöcke im urbanen Raum. Ich verstehe gar nicht, warum die Architekten oder die anderen sind reguliert und nicht die Spekulation selbst. Vielleicht sollen die Bürger verantwortlich fühlen für den öffentlichen Raum. Weil zwischen Frankreich und Deutschland zum Beispiel in Frankreich der öffentlichen Raum gehört zu niemandem. Und hier in Deutschland, ich fühle, dass der öffentliche Raum zu allen gehört. Und das ist ein großer Unterschied, wenn wir die Straße zum Beispiel sehen. Und generell zum Abschaffen, ich würde sagen, wenige Verbote. Wenn die Menschen verantwortlich sind, dann respektieren sie sich. Und ja, wenige Verbote. Es gibt keinen Sinn, alles zu verboten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.